hallo leute was glaubt er sagt jedes mal tschüss leute schön dass wir eingestellt hat wollte sich verabschieden oder wir wollen den kanal noch behalten oder will sich verabschieden und ich sind auf dem weg zur bürger king was drehen heute der mitarbeiter darf entscheiden heute was wir essen und ihr wirst schon gespannt ja ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig leute kanal de abonnieren abonnieren glocke aktivieren dann funktioniert auch wieder die glocke das ist ein handschuhfach so leute wir sind gleich bei burger king und dann gibt es erstmal ein überraschungspaket da war oscar wo ist oscar da das ist nicht oscar da da war oscar upsala so leute wir sind jetzt hier bei burger king ich dachte ich drehe auch noch nebenbei mit der handykamera so sieht das ganze jetzt hier bei uns aus und ich werde einfach mal sagen wir lassen uns heute mal überraschen also der mitarbeiter kann heute entscheiden dass wir essen ich hoffe es gibt was schönes ja so jetzt sind wir hier im mc rife schalter mc rife sag ich schon bürger king durch schalte hallo wir würden uns gerne heute überraschen lassen du darfst entscheiden was wir heute essen ja du darfst entscheiden du kannst uns so ne also ich bin mit meinem sohn heute hier und du darfst entscheiden was wir heute essen wir müssen jetzt warten neue zähne ja nein das sind immer dieselben die konzelt rottas ich neue zähne habe nicht deine zähne meine zähne fass mal an papa fass mal an fass mal an fass mal meine an hast du jetzt rocken ja leute ich bin jetzt gespannt was es gibt gleich müssen wir bezahlen also wir müssen uns an der kamera also gibt es für papa die karte er weiß sogar bescheid welche wirst du dankeschön ich brauche meinen ausweis nicht zurück ich brauche nur bank karte jetzt müssen wir das ganze bezahlen einmal mit karte wird sogar kabellos das gerät hier perfekt ja den kannst du mir mitgeben 20 euro 90 leute alles klar danke danke was machst du über mein ausweis da sagt papa nicht so gut aus deswegen zeige ich den ausweis jetzt mal durch nein nein nicht zeigen leute richtig schlimm ich sehe aus wie ein bandit sehr gespannt hier war noch mal der belegt das finde ich mal richtig gut was man gekauft hat aber jetzt seht ihr das 20 euro 90 genau wasser nicht schlimm hast meine karte fallen lassen wir ein tun nicht rausholen alle darf man nichts zu weiß was warum das gefährlich bist du gespannt auf die überraschung ja ja ich auch alles gut dankeschön was ist das war und das ist glaube ich irgendein schade war da erst mal alles hinpacken doch gucken wir gleich mal ja nur festhalten noch nicht reingucken ok ich hoffe dass diesmal extra noch mal gesagt dass ich mit einem kind hier will gleich gleich das ist hinter uns leider habe ich ja keine liste und weiß gar nicht was was ist da ist oben eis und unten ist es warm also leute das ist sehr interessant ich will wissen was das ist jetzt gucken wir mal rein wir haben für das ganze 20 euro 90 bezahlt ich gucke erstmal ob wir ein spielzeug haben ok willst du mal gucken also ein chicken royal long chicken ist das oder scharf was ist das hier das ist ein rebel whopper essen ja hier den ist agile willst du den ohne festhalten so ich weiß gar nicht was was ist aber komm pass auf willst du oder sind zwiebeln drinne schiebeln drinne ohne schiebeln ja ok hol raus so auch ohne kurke kurke habe ich auch raus genommen ja ok so leute das erste war ein ja leute der erste war jetzt ein freshly flamed grillet so dann haben wir hier einmal ein rebel whopper burger ich probiere den mal noch nie mal burger king so ein burger gegessen ich habe so viel leute ich würde sagen ich probiere alles erstmal probieren ja mit salat und so ne willst du nein ich habe Tomate ok hier ist auch Tomate da willst du nein danke ich schau mal was es als nächstes gibt oh oh das war knapp so dann als nächstes jetzt habe ich hier einmal ähm eine Tilter voller Glück vorsichtig heiß warte kurz bevor du beißt ok das sind die chili cheese genau gut das sind die chili cheese mit pepperoni genau gut auch geil willst du das essen das mal an so hi 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 da ist rein zum nächstes haben wir einen äh long chicken mit pepperonis wow geil ich esse immer so selten bei burger king ich muss sagen der schmeckt sehr gut burger king frisch zubereitet hm warte papa macht auf ja nein was ist das das ist nicht nur gut äh hm ich auch du hast warte hm das ist irgendein orero ähm kram als nächstes paar bauchschmerzen paar bauchschmerzen paar bauchschmerzen ja aber ich nicht du nicht nein so hier ist ein crispy chicken wow mit nuggets drinne ja das ist crispy nuggets neu probier probier mal es ist es ist es ist es und ich esse das erste mal crispy chicken mit ich das äh roti hm ja sag wegen dem brot ist das roti roti probier Pass auf. Es ist es es. Und? Schmeckt komisch. Was? Schmeckt komisch. Schmeckt komisch? Okay, danke. Das ist nicht so, Adjus, frei. Das größte Problem ist, wir haben keine Getränke. Zum Glück habe ich einen Dorstlöscher mit, aber der ist auch gleich alle. Ja, Leute, das ist das Letzte, was wir hier noch haben. Das ist auch Nagels drin. Chili, Cheese, Pommes sind das, glaube ich. Auch ganz chillig. Papa, das ist Eis. Papa? Ja? Hast du gerippst? Ja. Was ich sehr, sehr cool noch fand, ist das hier. Willst du trinken? Ja. Trink mal. Und? Schmeckt komisch. Schmeckt komisch? Ach, da ist ein Brownie drin. Dann haben wir hier noch so einen Orero-Milchshake, glaube ich. Mhh. Willst du auch das essen? Hm. Das hier? Das habe ich schon probiert. Da ist einfach ein Muffin, glaube ich, drin. Achso, ich weiß nicht. So mein Fall ist es irgendwie nicht so. Darf ich auch? Probieren? Ja. Und? Wird gut. Echt? Ja, Leute, das war es, glaube ich, auch. Leider gab es da, finde ich, zu wenig für RJ. Also da gab es so ein bisschen mehr für mich. So Chili, Cheese mit so Burger mit Zwiebeln und so. Also RJ hatte nicht so viel Glück. Willst du noch mehr Spielzeug? Ja, da gab es keine Spielzeuge. Hä? Wir haben keine Spielzeuge mehr. Oh. So, Leute. Entschuldigung. Ich hatte das Anfassen ab. Ja, das Anfassen darfst du ja. Du darfst nur nicht mit Schuhen rankommen. So, Leute, das war es, glaube ich, auch mit dem Video. Ich habe noch eine nächste Video-Idee. Ihr könnt ja abstimmen oder reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Das nächste Video wäre, ich esse einen Tag altes Lieblingsgerichte. Also morgens... Mama, Gummistiefel heißt nicht Schuhe. Nee, Gummistiefel... Gummistiefel heißt Schuhe. Ja, gut, RJ, dass du gerade deine Gummistiefel erwähnst. Würde ich dann morgens das gleiche Essen mit ihm. Mittags und abends. RJ, was sind deine Lieblingsgerichte? Was isst du gerne? Ähm... Salami mit zu Käse, mit zum Blut. Alles Leute, ihr hört ja. Das kann ein lustiges Video werden. Ich würde sagen, das drehe ich als nächstes. Wenn ihr das als nächstes sehen wollt, dann gebt ihr Video in den Darm hoch. Wieso hast du eigentlich einen Bademantel an? Schrei mal, äh... Bademantelkönig rein. Ich habe vergessen, dass es dein Spielzeug ist. Ach so, ah, danke schön. Das war neu. Alles klar. Jo, danke schön. Spielzeuge! Dankeschön, danke schön. Also, ich habe noch Spielzeuge gekriegt. Ja, also, wir haben noch mal Spielzeuge gerade bekommen. Der Tag ist gerettet, RJ. Wir haben noch mal Spielzeuge bekommen. Wir haben noch mal ein Getränk bekommen. Ey, Papa! Und das ist dein. Ich habe das deine. Ey, Papa, du musst mir das machen. Antolella, Salene, äh, Bibi, Johannes, Babu, Iminen. Genau. So, Leute, wir haben noch mal ein paar Freunde. Und noch? Noch mehr, willst du grüßen? Äh, warte. 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 Dann war Alty gestolpert. Ist Alty gestolpert heute? Ja. Wohin? Äh, Grasen. Wohin? Bei Rasen. Hast du geweint? Ja. Warum? Warum? Weil Rasen Stolpert habe ich. Oh, Mann. Hat das weh? Aber endlich weh. Nicht schlimm? Nein. Papas Zahnarzt. So? Da, sind wir gerade vorbeigefahren. So, Leute, das war es auch mit dem Video. Da ist Papas Zahnarzt? Genau. Da hinten ist Papas Zahnarzt. Echt? Ja, Leute, das war es auch mit dem Video. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, Leute, schreibt euren Namen in die Kommentare. Plus Hashtag GoodLifeFamily. Dann werdet ihr vielleicht beim nächsten Mal gegrüßt. Tschüss, Leute. Hi, Leute. Ich verstehe nicht, warum, wenn ich jetzt immer tschüss, Leute. Sag mal, hau, Leute. Okay. Eins, zwei, drei. Hallo, Leute. Tschüss, Leute. Er verarscht mich auch noch. Tschüss, Leute. Hallo, Leute. Leute, ich weiß nicht, warum Angie das macht. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Hab ich gesagt. Hast du gesagt? Ja. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen hoch geben. Ich weiß, ob dir Zahnarzt mit Papa? Ja, Papa hat auch sein Zahnarzt hier. Bist du müde? Nein. Willst du gleich schlafen? Nein. Warum? Ich will doch baden. Willst du gleich baden? Ja. Ey, Papa. Ja. Ich habe eine Badewanne geschlafen. Wer? Du hast eine Badewanne geschlafen? Ja. Warte, Adj. Nein. Oma Nini. Oma Nini hat eine Badewanne geschlafen? Ja. Hohohoho. Mach Musik an. Die Musik anmachen? Oma Nini hat ein paar Jahre alt, Ich kann singen. Den, die, O, O Den, die, Den, die O, O Sing doch mal. Den, die, Den, die, O, O Sing, mach an. Oh. Schaut mal Adjis neue Schuhe an. ich finde ihn mega und sein bademantel passt irgendwie dazu also bist du ready? ja! guck mal Leute wir sind hier an so einer bar ist das hier glaube ich mega chillig und hier vorne lassen wir den drachen steigen und das video könnt ihr dann die tage sehen ja du kannst hin und her ziehen da ist unser drache, zieh hoch, hochziehen! gut! Leute der drache fliegt immer höher wie herrlich ich glaube ich fliege das erste mal einen drachen in meinem leben es ist so ein schönes wetter perfekt zum drachensteigen ich wusste nicht dass drachensteigen so viel spaß bringt wo ist unser drache? ganz oben! was machst du? ja Leute ich bin immer noch mit dem drachen beschäftigt da oben ist der, ich weiß nicht ob ihr den sehen könnt da oben, wie fliegt der? heute schau dich mal an wie krass das einfach aussieht Jay, er trocknet die ganze zeit seine hände an meiner hose das sieht echt neis aus oooooh Adi fliegt jetzt auch mit dem drachen okay das war knapp ich hab den drachen gesehen aber der ist auch nochmal krass ich war ja das einfach ich glaube ich kenn den ganzen tag mit dem drachen so wie Adi immer im garten immer spielt kann ich den ganzen tag hier mit dem drachen rumfliegen was hast du gemacht Adi gerade? was hast du gerade eben gemacht? er hat den drachen aber losgelassen er meinte der soll frei wegfliegen und ich hab den gerade noch gerettet